moin leute die hier jetzt machen wir hier sind wir der hülle hier stehen geblieben ja hatte ich will ich hab so klaps und du nimmst auf noch die einige kassette damn it so aber ich hatte jetzt mal gesehen und ja kann ich wieder wiederholen was kann ich jetzt hier machen das funktioniert anscheinend noch nicht anscheinend kann ich noch nichts in der hülle machen das ist jetzt natürlich würde ich jetzt mal sagen was war jetzt noch mal die quest genau die hülle im park das ist doch die höhe warum hat das nicht funktioniert wahrscheinlich ich kann ja vergesse ich jetzt also fliegen könnte doch nicht will also war fehlt dass ich verkackt habe aber so zack zack zacki zacki okay was passiert wenn ich endlich abstürzt hey ich helfe ich helfe ich helfe Aber okay. Ich werde das wieder ab. Ich werde das abfahren. das ist da unten die Frisierung geht hier nicht, ok Bom oh nein, ich klapp's ah doch, muss ich jetzt natürlich das ganze Team ist ganz gut wir sind beide da unten ja nicht beide da unten, aber der einen ist mindestens da unten so jetzt beißt man's da ruhig hey das hatte ich mal als Priorität ok das hat nicht mal als Priorität gehabt so nochmal die Klapsa raus genau nochmal Klapsa so 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 den beißen mal kaputt auf das Ziel an ja beißen wir den nochmal und dann geb ich den aber noch einen Klapsa und dann sollte es auch gelesen sein ach das ist komplett am oh Mann easy going da Schneeschlag endlich ne gute Attacke hm hm so ok 300 Hölzüller jetzt mal mal Gerüchte so porten wir uns zurück ja gut kd ok ach so ach so tschüss 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 tschüssi tschüssi himm tschüssi hei should now mês ach der monstergestalt weiter die gehen nicht aber die brennen die würden gehen flug angriff ich mach den ach so der will stopp Nee, das will ich nicht. Gruppe. Kassette wechseln. Kassettensammlung. Ja, hatte ich den nicht. Safe hatte ich den. Inventar. Hm. Wollte ich gleich noch mal fangen. So. Ohhhh. Ich sehe das. Okay. Ich sehe das als Gerücht. Ja. Ich sehe das einzelne Gerücht. Also das einzelne. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Well. Okay. Gerüchte haben wir fertig. Was stand da? Was stand da? Hat Wasser gefüllt der? Ja. 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 Was soll ich überhaupt machen? Ich habe es angenommen, aber gar nicht geguckt. Was. Ja. Ich sehe das auch. Ja. Ja. das ist das vordere gebäude willkommen excellent stride trip okay Hallo, liebte! okay ist okay was habt ihr denn da gespultasche gespultasche tata hey bei hey greetings and salutations yes excellent greetings greetings excellent hmm thank you hmm hmm das aufgesichtete monster wunk hier tor okay was ist denn immer so kann man hier was oh okay hey was habt ihr denn hier okay ich würde gerne das sieht aus hat er auch nicht habt ihr halt kein kassett mehr das haus ist zu hause von mir wo ich nicht reingucken hm 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 so dann machen wir jetzt nächstes im winter quests ich habe euch mal ich müsste eigentlich bevor ich den jagen gehe noch mal schnell einkaufen ich glaube hier konnte ich noch was kaufen bonjour ja kassett zehn stück let's go au revoir let's go und jetzt rein da dann fangen wir das pokémon und das monster das biest fangen wir jetzt noch und dann gehen wir die mission ab und dann war es doch noch für die folge würde ich sagen so ein fliegendes monster das habe ich doch ich bin so dumm wo war der jetzt im hauptgebäude hier das ist doch das glaube ich was ich schon habe oder nicht ja anscheinend nicht okay wohl wieder zurück so laufen die tv weiter 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 so warte mal so wie wie war das jetzt noch mal wurm kreatur gesicht ist eine schwebende wurm kreatur das hilft nicht das okay so klopfer gegen den machen den erstmal komplett weg raus oh weis du 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 sehr gut mit das ist so schwer ist dann aufzunehmen wirklich super anstrengend so jetzt habe ich mal aufnehmen das war jetzt funktioniert das ist ein full tank werden aufgaben gesitten in speziellen fachem ok ganz sicher sind ok ok ich muss ja in die stadt karten sammlung wirklich nicht hier in einer kurzen gruppe ist Jetzt hab ich mich gar nicht ausgelotet, Idiot. Jetzt fickt er seine Monster-Geschalt weiter. Komm, wir machen das mal. Alchemie, Maschine, Maschine. Ach guck mal, ist überentwickelt. Okay, okay. Doppelte Entwickler. Start. So, dann gebe ich jetzt noch mal kurz die Mission ab und dann würde ich sagen, das ist auch gelungener Abschluss. Grüße. Oh. So. Gut. 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 Vielen Dank.